So, eben ist bei mir ein neues Software-Update erschienen. Es hat die Nummer 2023.32.6. Allen voran hat sich jetzt hier verändert, dass die Kamera bessere Bilder machen soll. Also die Rückfallkamera, die Seitenkamera, die tote Winkelkamera und so weiter soll einfach ein bisschen besser von der Auflösung sein. Es soll schärfer sein und farbechter. Und es sollen ein paar Änderungen hinzugekommen sein, die man sonst nur bei Full Self Driving sehen soll in der Animation. Außerdem gibt es ein paar weitere undokumentierte Änderungen. Ich werde wieder alle Änderungen nennen und versuchen zu vergleichen, was sich tatsächlich verbessert hat und was nicht. Mal sehen, ob wir irgendwelche Unterschiede merken. Ich bin selber gespannt. Ich werde jetzt das Update einmal installieren, herunterladen und dann mache ich mit dem Video weiter. Bleibt dran, wenn euch alle Änderungen interessieren. Servus Leute, ich bin es wieder, der Alex. Ich bin diesmal nicht einer der Ersten. Es gibt doch schon ein paar Videos zum Software-Update. Ich habe dennoch ein bisschen versucht zu recherchieren und für euch herauszufinden, was sich tatsächlich verändert hat. Und versuche es auch irgendwie am Display dann zu erkennen und euch zu zeigen. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin mir selber noch nicht so sicher. Das Update installiert gerade. Danach geht es los. Lasst gerne auch schon mal vorab einen frühen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr in Zukunft Software-Updates und verschiedene andere Videos rund um die E-Mobilität nicht verpassen möchtet. Bevor wir jetzt mit dem Update aber letztendlich loslegen, wollte ich noch ganz kurz was loswerden. Ich war ja mit der Angelina am Wochenende in Hamm auf dem Elektro-Auto-Treff. Und es ist bisher immer so gewesen, man spricht halt mit der Kamera und man hat eigentlich nur so seine Klickzahlen im Kopf. Und irgendwie ist einem gar nicht so bewusst gewesen, wie viele Menschen denn hinter der Linse dann auch wirklich zuschauen. Wir waren wirklich sehr geflasht. Wer uns alles kannte und angesprochen hat, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Wir wurden ja eingeladen zum ersten Mal auf so ein Treffen. Wir machen ja auch den Kanal noch nicht mal ein Jahr. Und haben uns eigentlich gedacht, naja, was wollen wir dort? Wir sind ja völlig unbekannt in der YouTube-Welt. Auch wirklich ein kleiner Fisch. Da wird uns eh keiner kennen. Wir werden da mehr oder weniger umsonst hinfahren. Aber wir wurden direkt am Parkplatz von sämtlichen Leuten erkannt und angesprochen. Die Resonanz war brutal. Und wir haben echt tolle Gespräche geführt. Ich möchte mich auch im Namen von Angelina und von mir jetzt natürlich nochmal hier bedanken. Für den ganzen Support, für die tollen Gespräche und für das tolle Feedback. Manche Menschen haben einen nicht angesprochen, aber haben einem zugelächelt. Man hat einfach erkannt, ah, okay, da kennt dich jemand. Andere Menschen sind direkt auf uns zugegangen. Und Dritte wiederum haben zumindest aus der Ferne gerufen. Hey, cool, super Arbeit, macht weiter so und ähnliche Dinge. Also wir waren wirklich sehr geflasht. Vielen Dank dafür. Und was sich jetzt für mich geändert hat, ich sehe jetzt ein Stück weit mehr, dass ich nicht mit YouTube spreche oder mit meiner Kamera, sondern dass da wirklich so viele Menschen auf der anderen Seite sitzen, die sich die Videos auch regelmäßig angucken. Das ist wirklich verblüffend. Und selbst mit den knapp 3.700 Abos oder 3.800 Abos, die wir jetzt fast haben, erscheint es einem sehr, sehr wenig. Wenn man aber mal eigentlich mal überlegt, man würde vor 500 oder vor 1.000 Menschen live sprechen, dann weiß man eigentlich, was das für Größenordnungen sind und ja, wie weit man doch so eine Message verbreiten kann. Von daher, danke, danke für alles. Wir sind wirklich sehr geflasht gewesen und freuen uns auf jeden Fall auch auf nächstes Jahr. Und vielleicht sieht man sich dazwischen ja auch nochmal irgendwo auf einer anderen Veranstaltung. So, das Update ist jetzt dann fertig. Lasst uns mit dem Update weitermachen. So, das ist jetzt noch vor dem Update. Ich bin in meiner Garage. Ich mache jetzt hier einmal die Rückfahrkamera an. Wir sehen hier einen weißen MG stehen. So sieht das Bild jetzt aus. Ich werde es jetzt direkt einmal vergleichen mit den Bildern danach. Nach dem Update schauen wir uns einmal hier an. Wie sieht es hier aus? Der Hyundai Ioniq nebenan. Ja, es ist schon ein bisschen dunkler in der Garage. Aber ja, man erkennt, dass die Farbe nicht ganz dem entspricht, wie es eigentlich sein soll. Oben sieht man ein bisschen was von der, hier unten sieht man es, von der Stoßstange. Und ebenfalls hier oben sieht man ein bisschen was an den Ecken. Mal schauen, wie es jetzt nach dem Update aussehen wird. Und hier haben wir jetzt einfach nur eine Visualisierung. Was können wir hier machen? Wir können hier rauszoomen. Man sieht jetzt aber nicht sonderbar, dass jetzt irgendwie ein Auto nebenan in der Garage steht. Mal sehen, wie es dann nach dem Update wird. Ich bin aus der Garage rausgefahren. Wir sehen hier den MG. Daneben ist noch ein Auto. Das wurde jetzt scheinbar nicht erkannt. Schauen wir mal. Nee, dafür links noch ein Auto. Das stimmt auch hier. Man kann ranzoomen, wegzoomen. Hier weiter vorne, rechts, erkennt er noch zwei Autos. Mal sehen, wie es dann ausschaut, wenn ich gleich das Update aufgespielt habe. Ich fahre noch ein Stückchen zurück. Jetzt hat er hier den Van erkannt. Oder, es ist kein richtiger Van, aber ja. Hat er erkannt, dass es ein bisschen ein größerer Pkw ist. So sieht es jetzt vor dem Update aus. Ich mache hier nochmal die Kamera an. Schauen wir mal, wie jetzt die Farben sind. Auf der linken Seite haben wir einen roten Suzuki Swift. Und ihr seht, er sieht komplett orange aus. Vor allem unten komplett orange. Oben bei der Kamera ist er auf jeden Fall schon mal einen Tick roter. Das passt eigentlich. Das kommt schon wirklich näher. Unten ist ganz schlecht. Mal schauen, wie das nach einem Update wird. Und auch sonst sind die Bilder ja mäßig scharf. Aber ich bin eigentlich so oder so relativ zufrieden. Aber wirklich, was mir schon immer aufgefallen ist, man erkennt die Farben nicht. Gerade wenn man sich eine Aufnahme anschaut, weiß man manchmal nicht, war das jetzt ein rotes Auto oder ein orangenes Auto. So, ich fahre hier mal an ein graues Auto ran, ein silbergraues Auto. Schauen wir mal, wie es hier unten angezeigt wird. Und jetzt versuche ich mal, dahinter einzuparken, sodass wir einen Vergleich haben. Also die Ansicht ist auf jeden Fall von oben. Wenn wir ein bisschen rauszoomen. Ja, vorne erkennt man noch ein Auto. Das sieht man hier auch im Display. So, jetzt schlage ich rückwärts ein, weil hinten leider ein Auto kommt. So, jetzt bin ich am Bordstein dran. Schauen wir mal, wenn man ein bisschen zurück scrollt oder zurück zoomt, dann sehen wir vorne das Auto, hinter uns aber nichts. Mal sehen, ob das dann besser erfasst wird. Hinter uns ist ein Auto. Ihr seht es, aber es ist schon ein bisschen weiter weg noch. Wenn ich ein bisschen weiter zurück fahre, dann kommen wir dem Auto bestimmt näher. Schauen wir mal, wann er es erkennt und was jetzt Tesla macht und anzeigt. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass oben das Bild sehr klar und hell ist, finde ich. Unten ist es immer so ein bisschen abweichender von den Farben. Das geht jetzt, weil die Sonne gerade scheint. Aber ja, definitiv hat er jetzt weiter hinten das Auto nicht erkannt. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen weiter weg vom Bordstein, fahre jetzt noch mal weiter zurück, näher auf das Auto zu. Mal schauen, wann das Auto angezeigt wird, ob es visualisiert wird. Was definitiv nicht gut ist, er zeigt Stop an, nur weil er Angst hat, dass wir in den Bordstein kommen, obwohl wir hinter uns noch einen Haufen Platz haben. Und auch zum Bordstein haben wir eigentlich noch locker so 30 Zentimeter, 25, 30 Zentimeter. Das dürfte eigentlich nicht sein, dass Tesla dann Stop anzeigt. Mir wäre es ganz lieb, wenn es dann hieße, Achtung Felge, so auf die Art. Aber Stop heißt für mich, dass ich hinten gleich irgendwie zusammenstoße. Das ist nicht der Fall. So, jetzt schauen wir mal, ob das Auto hinten angezeigt wird. Ne, das wird nicht angezeigt. Obwohl wir jetzt schon so nah an einem Auto dran stehen. Also das hat Tesla nicht erfasst mit der hinteren Kamera. Obwohl es ja gesehen wird, komischerweise. Okay, naja gut, jetzt machen wir dann mal das Update und gucken, wie es dann ausschaut. Mir ist leider jetzt noch mal kurz was dazwischen gekommen. Sorry, es ist leider schon ein bisschen dunkel draußen. Ich hoffe, wir können trotzdem den Test und den Vergleich noch machen. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Lasst uns einmal kurz drauf schauen, was sich verändert hat. Zum einen ist Hebräisch als Touchscreen-Sprache dazugekommen. Einfach auf Display, Touchscreen-Sprache und dann auf Hebräisch. Das kann man jetzt hier irgendwo auswählen. Da oben ist es, Hebräisch. Das ist neu dazugekommen, das konnte man vorher nicht machen. Was haben wir außerdem Neues? Wenn wir hier auf das Service-Menü gehen, dazu müssen wir auf Software. Model Y müssen wir ein paar Sekunden gedrückt halten. Das mache ich jetzt einmal. Wenn wir dann runtergehen, müssen wir hier Service eintippen. Das ist das Service-Menü. Das ist eigentlich nur für Werkstätten. Aber wer doch ein bisschen gerne mal ein bisschen rumstöbert bei sich, der kann jetzt hier draufgehen. Jetzt seht ihr den roten Rand. Wir sind im Service-Menü. Was hat sich jetzt hier verändert? Wir sehen zum einen seit dem Update Release Notes. Wenn wir hier oben draufgehen, können wir jetzt genau sehen, was seit welchem Update dazugekommen ist. Ihr seht, das war beim letzten Update und das ist jetzt das heutige Update. Ja, wen es interessiert, ich möchte da nicht zu viel Zeit verlieren. Ich kenne mich auch selber nicht so gut aus in dem Menü. Aber wen es interessiert, der kann jetzt auf jeden Fall sehen, was sich immer alles Neues hinzugetan hat, was Neues dazukam. Dazu haben wir jetzt hier außerdem noch Eco-Update-Status. Das ist auch neu dazugekommen. Das seht ihr hier. Man sieht jetzt hier verschiedene Stati zu den letzten Updates, was dieses Eco-Menü angeht. Wer sich auskennt, der weiß, was es ist. Ansonsten denke ich, passt es soweit. Das will ich jetzt gar nicht zu überstrapazieren in diesem Video. Wenn ihr den Service-Modus verlassen möchtet, müsst ihr hier unten auf den roten Pfeil drücken und den auch gedrückt halten. Dann seid ihr wieder draußen. Ansonsten, was jetzt auf jeden Fall dazugekommen ist und was jetzt eigentlich die größte Neuerung ist, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen soll sich die Kamera deutlich verbessert haben. Tesla wirbt jetzt damit, dass hier außen die Stoßfänger nicht mehr so zu sehen sein sollen. Und hier oben die Ecken. Ich merke jetzt ehrlich gesagt nicht allzu groß den Unterschied. Hier unten vielleicht ist es ein bisschen weniger geworden. Wir werden es gleich mal nochmal im direkten Vergleich nebeneinander einmal hinhalten. Dann sehen wir vielleicht den Unterschied. Und wir haben jetzt hier, das ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ihr seht, wir haben nebenan ein rotes Auto. Es ist leider schon ein bisschen dunkel, aber ihr seht, es ist wirklich knallrot. Das war ja vorher komplett orange. Das habe ich euch vorhin gezeigt. Also hier definitiv deutlich, deutlich besser geworden. Auch insgesamt die unteren. Ihr seht es. Also die unteren Bildschirme waren beide definitiv wesentlich unschärfer und von der Farbe viel, viel unechter. Das obere Bild fand ich ging schon immer ein bisschen. Das war immer ganz okay. Aber unten ist es jetzt definitiv viel besser geworden. Ich werde es gerade nochmal während der Fahrt filmen. Und auch sonst ist es ein bisschen schärfer, bilde ich mir ein. Definitiv. Sowohl hier unten. Also hier merkt man es auf jeden Fall extrem. Und hier oben, ja, war schon immer relativ gut, hätte ich gesagt. Was jetzt auch noch neu dazugekommen sein soll, sind, dass wir jetzt Funktionen vom Full Self Driving sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Nämlich vor allem, dass Autos, die andere Größen haben, jetzt auch in anderen Größen dargestellt werden. Schauen wir mal, ob wir da schon einen Unterschied feststellen. Okay. Ich würde sagen, ich bewege mich mal ein bisschen fort und dann schauen wir es uns mal an, inwiefern es sich verändert hat. Und was noch dazu kam, dass man sieht, wenn ein anderes Auto die Tür öffnet, wenn die Tür sogar gefährdet ist, dass man sie irgendwie anfahren könnte, wird die Tür rot gekennzeichnet. Ansonsten bleibt sie grau. Ich fahre jetzt mal raus ein Stück und dann schauen wir mal weiter. So, wir sehen jetzt hier ein kleineres und ein großes Auto, ein Kombi und ein Kompaktwagen, ein Astra. Ich fahre jetzt mal rein zwischen die zwei Autos. Schauen wir mal, ob man da irgendwie einen Unterschied in der Größe feststellen kann. Also jetzt mal auf Anhieb würde ich sagen, nein. Und auch jetzt sind die Autos verschwunden. Jetzt ist es wieder da, aber nee. Würde ich sagen, nö. Wie ist es denn bei euch? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber ich finde, nee. Also jetzt abgesehen davon, dass die Autos gerade verschwunden sind. Ich fahre jetzt nochmal zurück. Nee. Wurde das Auto, nee. Ihr seht, der Astra ist genauso groß, obwohl er eigentlich definitiv ein Stückchen kürzer ist, hätte ich gesagt. Okay, testen wir mal weiter. Hier haben wir noch einen LKW, einen kleinen. Der muss ja definitiv größer angezeigt werden. Ich fahre mal nebenan. Aha. Okay. Nee. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Jetzt ist er schon wieder ganz verschwunden. Aber ihr habt es gerade kurz gesehen. Der ist ja definitiv größer. Wurde als Art Van angezeigt. Hat sich auch nicht wirklich verbessert. Hm. So, besser später als nie. Ich bin jetzt an derselben Stelle wie vorhin. Hier ist das silberne Auto. Ja, hier wird es schon mal gar nicht angezeigt. Komisch wirklich. Jetzt parke ich mal hinter dem Auto wieder ein. Nee. Also besser schon mal gar nicht. Eher schlechter. Seltsam. Doch, jetzt kommt es wieder. So. Aber auch die Größe, ja. Wird nicht anders angezeigt. Auch die Autos, die gerade vorbeifahren. Nee. Kein Unterschied. Jetzt fahre ich nochmal hinter zu dem anderen Auto. Da fahre ich nochmal ran. Da frage ich mich jetzt echt, was von Tesla da mit gemeint war, dass jetzt hier Funktionen von Full Self Driving auf den Autopilot übertragen werden. Weil besser geworden ist, ehrlich gesagt, dahingehend nichts. Also ich hatte mir jetzt irgendwie wirklich erwünscht, dass es wie bei der Full Self Driving Software jetzt so ist, dass man die Autos in verschiedenen Größen auch sieht, was ja auch viel realistischer ist, als wenn alle gleich groß dargestellt werden. Gerade fürs Einparken ist es ja so wichtig, dass man auch ungefähr erkennt, ja, wie groß sind denn die Autos neben mir. Ihr seht, ich fahre jetzt auch schon wieder rückwärts wie vorhin an das gleiche Auto ran. Aber es wird auch, ja, es wird, naja, doch immerhin. Es wird jetzt hier unten angezeigt. Das war vorher nicht, aber wir sehen auch das vordere. Aber alle Autos identisch, ja. Alle Autos gleich groß, identisch. Da hat sich nichts getan. Schauen wir mal, wenn ich jetzt rückwärts ran fahre, ob dann wenigstens der Abstand halbwegs stimmt. Hier unten sehen wir den Abstand zum Bordstein. Das war auch vorher gut. Die Bilder sind aber definitiv klarer und deutlich schärfer. Hier seht man, sieht sogar den Zaun voll detailliert, obwohl es jetzt schon dämmert draußen. Also es ist schon leicht dunkel und auch hier total scharf. Das finde ich super. Also das ist wirklich cool. Hier, naja, geht so. Also, ja, es wird erkannt. Stopp wird angezeigt. Wir haben jetzt vielleicht noch so 30, 40 Zentimeter. Wie vorher vielleicht auch. Aber immerhin hat er jetzt hier das Auto erkannt. Aber ich denke, das war eher Zufall und liegt nicht an dem Update. Hier bin ich nochmal neben dem roten Suzuki Swift von vorhin. Es ist zwar ein bisschen dunkler, aber ihr seht, es ist eindeutig knallrot. Vorher war es absolut orange. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Auch wenn es jetzt schon dunkle ist, sieht man das auf jeden Fall viel, viel besser. So, es gibt noch eine neue Funktion. Ihr seht, ich habe die Tür geöffnet vom MG. Übrigens, dazu gibt es bald ganz viele Videos. Auf jeden Fall abonnieren. Ihr werdet bald erfahren, was es mit diesem MG4 auf sich hat. Aber ihr seht, ich habe die Tür geöffnet. Und tadaa. Immerhin. Das funktioniert. Ich fahre mal ein Stückchen zurück. Ohne, dass ich jetzt die Tür anfahre. Aber ihr seht. Ja, aber er zeigt die Tür nicht rot an, sondern grau. Das heißt, Tesla geht jetzt nicht von einer akuten Gefahr aus, dass wir die Tür anfahren könnten. Das wundert mich ehrlich gesagt. Ich werde jetzt mal hinter das Autofahren und die Tür öffnen, schauen, was er dann macht. Aber immerhin er erkennt es. So, ich fahre jetzt nochmal vorne auf den MG zu. Er hat die Tür offen. Mal schauen, ob Tesla es erkennt. Nee, aus der Perspektive nicht. Ich kann es jetzt leider auch heute nicht mehr besser testen. Müssen wir mal in einem anderen Video noch machen. Ich fahre mal nochmal so ein bisschen näher ran. Da ist das Auto, wurde kurz angezeigt. Aber er zeigt jetzt. Vorhin hat er ganz kurz, wo ich andersrum gefahren bin, war kurz zu sehen mit offener Tür. Aber jetzt nicht mehr. Ja, funktioniert so mittelmäßig gut, hätte ich gesagt. Wenn man neben dem Auto parkt, dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Aber wenn man so schräg drauf zufährt, wie es ich jetzt gemacht habe, dann nicht. So Leute, das soll es gewesen sein für das heutige Update-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch auch einen kleinen Mehrwert bieten. Und wenn ihr euch einen Tesla bestellen möchtet und noch keinen habt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da habe ich für euch einen Empfehlungslink. Da bekommt ihr für ein Model Y 500 Euro einfach Rabatt und für ein Model S und X sogar 1.000 Euro Rabatt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Rabattlink nutzt. Dann unterstützt ihr auch meinen Kanal und ihr bekommt das Auto einfach günstiger. Und schaut auch sonst in der Videobeschreibung nach. THG-Quote auf jeden Fall mit beantragen, weil das ist einfach kostenloses Geld fürs E-Auto fahren. Steht alles in der Beschreibung, genau wie weitere nützliche Videos. Schaltet auch gern wieder ein, wenn es heißt Smart2Drive. Das war mir eine Ehre. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.